Ja, mein Name ist Robert Schröder. Herzlich willkommen bei der Firma Hellmann. Ich bin seit sechs Jahren im Vertrieb verantwortlich für den Verkauf in Deutschland, also auch in Europa. Wir sind ein mittelständischer Dauerwurstbetrieb aus Nordrhein-Westfalen und arbeiten seit vielen, vielen Jahren mit der Firma Cremors zusammen. Demzufolge sind wir heute mit einem ausgewählten Sortiment vertreten. Wir haben ein weitaus größeres Sortiment im Angebot, jedoch eine Auswahl getroffen, um hier den Kunden die Neuheiten dieses Jahres zu präsentieren. Wir sind ein klassischer Dauerwursthersteller, der in Nordrhein-Westfalen wie gesagt ansässig ist und produzieren an die 150 Spezialitäten in diesem Segment. Das bezieht sich in Bereichen des Lebensmitteleinzelhandels, des klassischen Großhandels, als auch für die Metzgereien, auch dann heute für den Bereich der Großverbraucher und natürlich auch der immer stärker werdende Bereich des Selbstbedienungssortimentes. Die Firma Cremors ist ein langjähriger Partner des Unternehmens. Wir sind schon seit Jahrzehnten miteinander verwurzelt und verbunden. Diese Partnerschaft beruht letztendlich auch auf die Senioren, die heute nicht mehr im Unternehmen sind, und dem Senior Herrn Cremors. Seit dieser Zeit arbeitet dieses Unternehmen erfolgreich mit der Firma Cremors zusammen und wir sind dankbar, dass wir Partner wie die Firma Cremors haben und sind sehr froh und stolz darüber, mit diesem Unternehmen weiter arbeiten zu können.